Wetten, du traust dich nicht? Äußerste Pinkelnot beim Möbelkauf Seit gestern ist Kim Teil der Studenten-WG und nun mit ihrem neuen Mitbewohner unterwegs im Möbelhaus. Wie verknallt Finn bereits in sie ist, hat sie längst bemerkt, ebenso wie seine gewaltige Pinkelnot, zu deren Abhilfe sie eine unverschämt kribbelnde Idee hat. Aufgeregt fragt sie sich, ob er das streng untersagte Wagen wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage